Und im Wunderschönen wünsche ich euch herzlich willkommen zurück zu Dead by Delight. Kill allein. Wo kennst du denn hin? Bleib stein Micaela. Wo denn dort oben haben sie fertig. Genau. Das nimmt mir hell sogar mehr. Schmeiß doch um. So, dort haben wir einen Haken für dich. Gucke hier mitten im Raum. Oh? Was denn hier? Gucke hier. Gucke hier mitten im Raum. Gucke hier. Gucke hier mitten im Raum. Gucke hier. Gucke hier mitten im Raum. 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 Ein Punkt! Sooo nicht! Das wusste ich. Machst du uns trotzdem ein Problem? Hi! Schmeiß um! Danke! Komm her! Sooo! An den Haken! An den Haken! Ja, ja! Macht mal was! So! So! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Chata! Aaaaaaah! Meine Aufgabe habe ich doch fertig! Nochmal runterspringen! Nö! Warte! Aaaaaah! 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 So und ihr jetzt huschest raus hier. So it's my kids! Geht ihr da sucht ein Luke oder was? Das soll sie machen. Eine Punkte. Etchepetsch. Da bin ich noch fort Umgespiele Ja, es hätte besser laufen können, aber ich meine, wir haben noch drei Haken gefehlt Was? Warte, da stand gerade was I got pranked Nick, wilde Fox Ich hab gepranked Für mich war es ein GG Haben sie sehen gemacht Hat's fast gemacht Oh, lustig Ach, das war Jack Ne, Mac Ich hab mir wieder entgegengerannt, ne? Ah ja, ihr Lieben Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag Und ich freue mich auf die nächste Runde von Dead by Daylight Bis dahin, ciao Ciao